hallo und herzlich willkommen zurück hier zu blended crafter update informationen ja diesmal kein let's play sondern eine update informationen was das nächste update angeht für blended crafter wie ich letztens sonntag gesagt habe kommt das zu uns schätzungsweise zwei bis sieben wochen je nachdem wie sie sich ja wie sie es halt umsetzen können und sie haben sich ja selber ein ziel gesetzt von zwei bis drei monaten immer ein update zu bringen und das wäre dann wieder in diesem zeitraum und voila heute am 15 also sprich gestern habe ich ja mal bei mich schon reingeschaut und es gibt tatsächlich ein hinweis ein video für das nächste update und das bürgt ziemlich viel spannenden inhalt unter anderem auch wieder zwei neue biome insekten werden eingefügt und ich würde sagen wir schauen uns das video erst mal an es geht nicht allzu lang aber es dafür ist es doch sehr viel informationen drin und dann würde ich sagen wir nehmen das mal vielleicht so ein bisschen stück für stück auseinander und dann sage ich mal band läuft ja und da würde ich sagen wir nehmen das video natürlich ganz klar mal auseinander wir haben hier auf alle fälle die bienenstöcke die werden ganz deutlich sieht drei stück an der zahl keine ahnung aus was für material das sein wird vielleicht aus kobalt oder silizium der mischung daraus man wird es auf alle fälle sehen wir haben hier auf alle fälle was man ganz klar sehen eine orangene oder rotfarbene struktur das heißt es lässt auf die roten maten vielleicht schließen weiß man nicht genau könnte aber eine möglichkeit sein wir haben hier natürlich dann auch die bienen ich könnte mir so vorstellen dass man hier die marken vielleicht irgendwie aus dem züchter oder irgendwie raus nehmen muss hier rein tun muss und dann schlüpfen die irgendwann hier und dann werden die bienenchen sich hier irgendwo verbreiten oder wie es auch immer dann funktioniert vielleicht gibt es auch honig zum essen mal sehen ich bin gespannt na so dann kommen wir als nächstes rein und wir sehen hier den den terraforming fortschritt die tabelle und ich bin mir nicht ganz sicher was genau nach den bäumen kam aber auf alle fälle sind es jetzt wohl die insekten oder irgendwie sowas in der richtung genau lässt sich das leider nicht herausfinden ich gehe aber davon aus dass es irgend so larven stadium ist insekten stadium was auch immer und wir sehen schon als erstes voraus hier den ersten inkubator und zwar für schmetterlinge ist jetzt nicht an den zeichen irgendwie zu unterscheiden aber man sieht es dann an den tieren selber wie sie hier drin rum flattern ihr habt gesehen und das sind sie halt hier auf dem tisch haben wir zum beispiel noch mal die drei larven die es gibt die roten blauen und die gelben wie gesagt ich gehe davon aus die roten sind bienen die blauen sind die schmetterlinge und die gelben oder goldenen sind die glühwürmchen des weiteren sehen wir hier hinten noch mal den terraform index diese diese fortschritt mit dem producenten und wir haben hier daneben eine neue tabelle und die würde ich jetzt mal ganz kurz einblenden und dazu was sagen denn die habe ich noch anders gefunden vergrößert so dass wir das auch mal anschauen können ja und hier habe ich das mal vergrößert den monitor hinten rechts in der ecke ihr seht es selbst es sind pflanzen insekten und tiere diese erzeugen biomasse wir haben hier schon über sechs tonnen erreicht mit den produktionszahlen ihr seht es und drunter gibt es dann noch mal drei larven ich gehe davon aus dass die rote für bienen ist die blaue für schmetterlinge und die gelbe für die glühwürmchen reihenfolge kann auch variieren weiß ich nicht genau aber das sind die ausgangsstoffe und die werden zum beispiel im inkubator wahrscheinlich ausgebrütet so muss man sich das vorstellen und wir sehen oben noch mal in der beschreibung was ist noch in dem update drin und zwar auf alle fälle wie gesagt die insekten mit bienen schmetterlingen und glühwürmchen dann gibt es neue maschinen wie zum beispiel den inkubator das sind die zwei geräte die wir gesehen haben wo wir reingekommen sind einmal links mit den schmetterlingen und einmal rechts wie gesagt hier die glühwürmchen wo wir gleich noch mal drauf eingehen und natürlich wir sehen mal als nächstes den dom für die schmetterlinge so eine art bio dom sag ich mal und natürlich noch ein paar andere sachen sind zu sehen beziehungsweise wird es geben dann gibt es natürlich zwei neue biome und das sehen wir auch den gigantischen wasserfall und den jetzt aber mal den pilzfluss nennen wir es mal so also so ein ja wie auch immer das dann dargestellt wird aber das wird bestimmt auch eine ganz schicke sache werden und es wurde das biomasse system überarbeitet deswegen gibt es wahrscheinlich auch hier den neuen den neuen bildschirm den das neue display um mit den pflanzen zu interagieren und mit den insekten das ist einfach dann denke ich mal auch eine gute idee und eine gute veränderung auf jeden fall und natürlich fließen hier zukünftige tiere mit ein was auch immer dann kommen wird das ist dann eben hier in diesem neuen biomasse system alles vereint pflanzen insekten und tiere dann aber noch ein neues geheimnis und andere dinge die wir entdecken werden da sieht man leider nichts davon zumindest ist mir nichts aufgefallen aber vielleicht könnt ihr ja mal das video noch mal genauer anschauen vielleicht sieht man doch die ein oder andere sache die mir vielleicht entgangen ist und ich würde sagen wir springen wieder zurück in den in das video und schauen weiter ja damit wäre der monitor behandelt und wir haben hier noch mal den inkubator für die glühwürmchen wie ihr seht man sieht es nicht ganz so gut aber hier so leichtes grünes schimmern oder hier auch das ist also der dann für die glühwürmchen und ja auch eine schicke sache dann kommen wir weiter zu dem schmetterlings bio dom oder dom wie auch immer und ist eine nette sache funktioniert wahrscheinlich genauso wie mit den bäumen denn wir haben hier wieder so einen spot wo man wahrscheinlich die schmetterlinge oder die larven vielleicht einsammeln können ich könnte mir so vorstellen und dann können wir zum inkubator gehen wahrscheinlich und dort die ausbrüten und die können wir dann wahrscheinlich hier auch frei lassen in die natur wie ihr seht und dort können wir sie dann als biomasse lieferant wahrscheinlich irgendwie verwerten genau wie es funktioniert werden wir dann im endeffekt herausfinden ja es ist ja nur ein kleiner trailer aber der sagt schon wirklich viel aus was er auf alle fälle nicht aussagt ist was es wieder für geheimnisse gibt die wir finden können oder vielleicht auch werden oder offensichtlich werden und was man noch sehen ist der riesige wasserfall von dem biom von den neuen bio was es gibt wo auch wahrscheinlich hier diese basis gebaut ist ich bin ganz gespannt es lässt sich leider nicht genau sagen wo es ist hier ist auf alle fälle schätze ich mal wüste zu sehen das muss aber das muss nichts bedeuten das kann überall sein aber auf alle fälle eine spannende sache und ich denke das update wird wieder auf alle fälle der hammer wären und ich würde sagen wir schauen da einfach mal rein wenn es soweit ist bis dahin kommt natürlich bei mir wieder jede menge inhalt und dann sehen wir uns das ganze an wenn es soweit ist und ich würde auch wie gesagt ihr wisst ihr bei mir kommt jetzt auch wieder planet crafter ab und zu mal bisschen was die woche momentan ist es die woche hier dieses update und vielleicht kommt am sonntag noch was morgen das weiß ich noch nicht wie ich zeitlich hinkriege auf alle fälle habe ich mir vorgenommen für nächste woche ein bisschen mehr zu zeigen und dann sehen wir weiter und dann wird mit sicherlich auch das update schon bald kommen und dann geht es wieder los spannende abenteuer wird auf alle fälle wieder interessant das war ein kleiner einblick in das neue update insekten und wasserfälle und ich bin wie gesagt gespannt was es für geheimnisse gibt wie sich das vielleicht mal irgendwie zu einer ganzen story vielleicht zusammenfügt das spiel aber ich glaube da sind wir auf alle fälle noch nicht fertig da fehlt uns auf alle fälle noch nie erheblicher inhalt ich bedanke mich auf alle fälle ganz herzlich für das interesse dass ihr das geschaut habt und wir sehen uns wieder bei planet crafter und bis dahin sage ich auch bald und macht's gut